ist etwa das andere portal durch zufall genau 1000 über 1000 weg gewesen das wäre der knaller dass es funktioniert hat als echt erstaunlich ich meine ich habe mich da damals nie darüber nachgedacht dass es irgendwie hätte eng sein können oder sowas in der art und ich weiß noch nicht ob es damals schon tatsächlich so war dass das aufeinander dann gesetzt wird wenn das zu dicht beieinander ist das weiß ich gerade mal nicht ich habe auch keine ahnung ob ich hier richtig bin wahrscheinlich muss ich eher so nach dahin gehen das will ich jetzt noch eben finden hier müsste glaube ich irgendwo in der gegend unser anderer unser ferner punkt sein wenn hier waren wir zwischendurch jetzt schon mal aber das hier das ist noch was anderes nee das ist ich weiß nicht ob ich jetzt schon zu weit bin hier waren wir aber schon wobei ist das unsere ist sie das ist noch was anderes ist jetzt nicht so schnaffte sag ich mal hier ist halt niemand ne als eisen einfach so viel eisen brauchen warum bin ich jetzt in der höhle kann man es mir mal jemand sagen sag ich jetzt nicht weil ich reingelaufen bin ich habe kein werkzeug ist doch da ich muss zurück sonst weine ich hier gleich wahrscheinlich finde ich jetzt nicht mehr raus so wie ich mich kenne weil er sich ganz gut aus ach guck mal hier war ich tatsächlich schon mal und habe mich frei gegraben dann auch ich suche hier eigentlich was anderes ich suche hier eigentlich unseren was sieht schon cool aus von der gegend her unseren alten punkt da wo wir schon mal gewesen sind ich glaube das letzte mal haben wir auch so rumgeeiert hier bei der suche nee warte mal war das hier da so vielleicht oder da so ich weiß dass da halt wasser war und eine wiese muss denn ja fast da vorne gewesen sein grund es muss ja fast hier sein doch das ist hier und natürlich dieser eine penöpel der nach oben steht ich finde die gegend immer noch schön ich weiß allerdings als ich wüsste schon was ich hier hinbauen würde wahrscheinlich das wäre dann auch eher so eine kleine geschichte wir haben es geschafft sehr gut hier ist genau gar nichts und das ist unser portal unsere rettung hoffentlich wie ich muss jetzt alle die schiene noch alle rum ich muss die alle kaputt hauen hier haben wir ja sogar unsere feile noch dabei dass man den weg auch finden kann weil das alles so dezent hier gehalten ist da stehen sie überall rum greifen nehme ich an nein die nicht haben die etwa vergessen haben die vergeben haben die alzheimer oder sind das einfach andere die keine lust auf mich haben und es ruckelt aber es ist echt erstaunlich dass wir da quasi versehentlich genau die richtige entfernung gehabt haben nach da hinten hin dass es doch funktioniert hat wahrscheinlich waren die pigmen einfach zu weit weg wo ist denn das portal bitte ach das ist ein paar meter wahrscheinlich noch nach dahin haben wir das so gemacht ja noch muss ja ich traue mich gerade kaum hier irgendwo so lang zu latschen ok es ist doch noch leicht woanders trotzdem waren wir da hinten schon mal warum war da trotzdem eine fackel wenn das gar nicht auf dem weg hier lag finde ich gerade mal ein bisschen komisch die musik passt natürlich auch super jetzt zu der gegend hier ich habe leider auch keinen bogen dabei ich hätte mich da erstmal da liegt noch die erfahrung rum die sind immer noch okay das ist ein normaler zombie soll ich das etwa alles retten können hier da ist ja der knaller ach guck dir das mal an hier herrlich hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mit gerechnet ach ist das schön ich finde das super das lebe der neta vielleicht auch nicht aber vielleicht vielleicht könnte er leben hi ach ich meine das ding war eh kaputt das war auch kaputt das war auch kaputt der darf gerne mal dabei bleiben schusssicher ja das ist aber wird die rüstung weniger je unhaltbarer das ist ne ne so kollege kommen sie mal da mal weg hab ich jetzt automatisch das feuerschwert genommen hier verbrennung 1 ja anscheinend schon so puh haben wir das tatsächlich geschafft ich würde hier äh die den rand hier ein bisschen weiter doch da rum basteln weil ich glaube dass die zombies hier ein wenig nach außen spawnen hier dass sie nicht komplett auf dem punkt sind so dass sie einfach in der luft schwebend haben die wand kann meine wobei die wand ist eigentlich egal die braucht da überhaupt nicht hin die schubsen sich da auch so fleißig runter weil ich lass die mal da ich mach die aber doppelt damit hier da ähm der abstand noch ein bisschen hier dass da noch mehr massiv im weg ist oh das war blöd aber bin ich ja froh dass das klappt hier mal ganz ehrlich der hätte ich ja ehrlich gesagt nicht so mit gerechnet nicht sonderlich und ich finde das schön dass es doch so dicht jetzt hier noch dran ist bei dem eigentlichen punkt wo wir eigentlich gewesen sind machen wir es mal so wenn hochkommen sollte hier keiner und man kann das auch mit zäunen denn hier machen dann sieht es ein bisschen schöner aus das passt dann glaube ich sogar noch besser ähm ja können wir dann mal schauen wenn wir denn ich hab ich hatte neun zäune dabei aber neun zäune was sind schon neun zäune weniger als zehn zäune sag ich mal ähm und halt nicht ausreichend ich hoffe mal das reicht so wenn ich das hier so hab es kommt grad mal niemand rein weil warum auch kann man hier machen aber trotzdem zäune hier vor für den Fall dass da jemand rüber hüppen wollte oh ah das war falsch hab ich ne Axt ne nicht mal das es ist ja schön dass wir die Sachen wiederbekommen haben auch die Erfahrung jetzt hier ja so finde ich das schön also fast schön wo sind wir da denn hochgelatscht hm weiß ich nicht komm ich jetzt von der falschen Seite hier aus ran ja ne ist egal ich hoffe mal da unten ist nicht mehr allzu viel los hello ich sehe da nichts vielleicht liegt da ja noch unser Lavaeimer rum und das Goldzeug aber das sieht nicht mehr so aus meine Güte das war ne Aktion hier um das alles zu machen hier kommen die Zombies kann ich da unten auch noch eben hier aus den Latschen hebeln so tschüss ehrlich gut ähm ähm wie weit müssen die denn da fallen bitte ich hab nicht genug Zeugs dabei ne zum wobei ich hab Erde dabei zum testen ich hab keine ich muss mir mal die Schaufel wieder nehmen muss jetzt mal was essen hier ich wäre auch hart dafür dass wir diesen Bereich tatsächlich äh abgrenzen dass wir hier so eine kleine Basis dann wirklich draus machen dass wir da weiter kommen wir sind auch nicht mehr aggro ne ne ähm dass wir da so ein bisschen uns einbunkern können dass wir da hier sicher auf sicherem Wege wirklich hingehen können ich weiß nicht genau wo die äh die die Pikmin hier spawnen ich sag mal wenn man zumindest hier was abgeriegelt hat wenn da einer drin wäre das wäre auch nicht so schlimm ähm genau Erde ich hab immer noch keine Schaufel mitgenommen das heißt hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn sieben achtzehn neunzehn zwanzig das ist fast sogar richtig ich glaub das reicht sogar ich würde das fast als ausreichend hier bezeichnen und jetzt muss ich mich effizient per Hand runtergraben wir können das dann unten noch ein oder zwei tiefer machen aber sonst geht das eigentlich echt hab ich intuitiv schon die richtige Höhe genommen hier komm mach mal da noch äh ähm ein weniger ja haha okay keine Lava sehr gut das hat mir jetzt noch gefehlt dass ich da in Lava falle dass ich mich erstmal freue dass ich die ganzen Sachen zurück hab ne und dann tot tot durch Anzündelung so äh das muss auch noch weg ich muss echt eine andere Spitzhacke dafür nehmen das geht überhaupt nicht der Bereich darf auch ein bisschen freigemacht werden hier so ich muss einfach so weit weg stehen dass das überhaupt nicht mehr geht so jetzt haben wir hier den Abgang so ist schön ja hier kann man dann alles schön aus Cobblestone machen falls hier mal was weggesprengt werden sollte dass das dann doch nicht so kaputt geht weil der Niederstein echt nicht nix aushält so aber was für ein Drama ne was wir hier gehabt haben ich bin ein wenig erfreut und schockiert erfreut weil mal was passiert ist und schockiert weil es nicht schön war aber wir werden im Nachhinein darauf schauen können und sagen ja es ist was passiert da war was wir erinnern uns dann später an diesen Moment zurück so äh eigentlich ja eigentlich kann man das hier auch direkt zumachen dass man hier dann das auch noch ran macht weil die Fallen ja wenn dann hier rein kann man ja wirklich so eine so eine richtig schmale Fallgeschichte dann haben ich mach das mal so ich hoffe mal die Fallen da dann nicht oben drauf und selbst wenn mir das egal mach mal so das bringt noch voll viel da oben jetzt hi na wobei äh was hab ich denn hier hab ich äh ich hab keine Zäune deutlich hab Glas ist auch schön hier hab ich auch natürlich keine Zäune dabei nein hier guck mal die ganze Bruchsteine die wären dann äh dann noch verloren gewesen hätten wir die nicht weggepackt wobei der wäre ja nicht verloren gewesen wir haben es ja wiederbekommen aber gefühlt verloren gewesen jetzt hab ich hier die ganzen Diamanten für Rüstung verschwendet die wahrscheinlich eh irgendwann kaputt geht aber trotzdem schusssicher 4 ist an sich sehr schön aber das zu reparieren wird glaube ich ziemlich teuer äh was guck ich eigentlich hier die ganze Zeit rein äh ich möchte hier ich möchte hier boah was möchte ich da gerne haben Zäune wahrscheinlich äh nicht so oder Half Steps hier oder sowas wollen wir das daraus machen na wo wir mal verbrennen die dann muss ich halt gucken dass ich da wie rein rankommen kann dann machen wir es mal so ich versuche mal vorbei kann ich hier nicht wirklich weil doch ich kann da dann zuhauen das geht schon oh huch das wollte ich ah nicht so ich komme da wahrscheinlich eher nicht so gut ran aber wir probieren das einfach mal so aus muss ich nochmal gucken wie gesagt hier möchte ich das schon nein ich möchte das nochmal raus ich möchte das echt hier ein wenig abgeriegelt haben damit mich solche Leute dann nicht nerven dass die hier einfach kommen und sagen hallo ja sie haben ihre Miete nicht bezahlt äh wir auch nicht das will ich ja auch nicht so deswegen ein bisschen erhöhen hier kann auch alles natürlich aus anderen Schatteinen auch machen aber warum so sehr gut sehr gut ähm können wir nämlich hier vorne das denn so machen wobei das kann auch so hin ja wunderschön wunderbar das war zu viel ähm hier so hoch gehen ja guck mal hier ist eigentlich vollkommen egal wo man das genau macht oh äh dass man so eine Miniaturbasis hier draus macht haben wir tatsächlich mal was anderes gebaut als immer nur also eher was funktionales gebaut hier oder funktionell als das typische Zeugs ist das sinnvoll wenn die Schienenstrecke sowieso Wumpe hier totaler Murks ach das ist hier die Station genau ähm machen wir es mal so könnte ein bisschen schöner sein jetzt verhauen wir hier so viele Cobblestones obwohl wir oben immer jammern dass wir da nichts von haben weil hier so ein Ausgang wäre schon ganz praktisch es ist halt tierisch klein hier auch haben wir eine Tür zufällig nicht nein auch hier nicht egal wir lassen das erstmal so dass wir da noch hochkommen theoretisch ich hätte es auch ein bisschen geräumiger gestalten können hier ehrlich gesagt so schön ja das macht dann schon ein bisschen was her vielleicht ähm was möchte ich machen ich wollte Monster anschalten genau da war was und dann mal gucken wie die da schön runterfallen ja und wie das ist dass man da aus verschiedenen Stellen dann noch Monster da runter schicken kann das muss ich dann nochmal probieren ob das tatsächlich gut geht es wäre natürlich schön dass man da die Falle also dass man da möglichst viele Mobs auf einmal hat dass man einfach nur mal so durchbrettern muss dann nein diese Viecher ich finde es ja immer lustig wenn so ein Ding hoch geht aber ich finde es immer nervig die Sachen da kaputt zu machen ich meine wieder heile zu machen nicht kaputt das wäre Quatsch ja schauen wir mal ich mach mal hier le Mobs wieder on so und schon der erste Spawn da es geht echt unfassbar schnell ach das Wasser ach nee da drin liegt Erfahrung warum das denn oh die Tür ist offen haben wir fein gemacht hi warum liegt hier drinne Zeugs nein lass mich raus das war vielleicht ein bisschen blöd das hier so zu machen ich meine die können uns nichts anhaben wir haben einen Diamant überall trotzdem voll das fiese Pack ich